Diese Festung wurde nach 1870 gebaut, und zwar war das nach dem Krieg zwischen Napoleon III und Preusen. Und zwar hat man diese Festung dort hingestellt, nachdem Napoleon den Krieg verloren hat, und man wollte die Pucht von Thulang noch etwas besser absichern. Also diese Festung ist immer noch in Betrieb, und da sieht man auch noch, da sind oben Radars. Tja, und dann immer noch, wir gucken, Backbord, da haben wir ein blaues Schiff, das steht O-N-Ro-Ro. Ro-Ro steht für Roll-On, Roll-Off. Das ist heute Morgen eingelaufen, und zwar dieses Schiff ist eine Art Fährschiff. Es fährt regelmäßig, also es macht die Linie Türkei in der Seine, und das wird beladen mit Containern, also LKWs mit Containern. Dadurch hat man ein bisschen weniger Verkehr in den Straßen. ...getriebene Flugzeugträger Charles de Gaulle, immer abgesichert, da wo sie diese kleinen gelben Bohren haben, da hängt ein Netz dran, damit keine eventuellen Unterwasserkämpfer dieses Schiff angreifen können. Sie müssen... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020